Let's play Portal 2! Coop! Yay! Gib, 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 gib! Ah! Inkompetent! Jo Leute, da sind wir wieder! Es geht weiter mit Portal 2! Mit dem David, der mir gerade den Kopf abgerissen hat. Und mir dem TKW, hätt's eigentlich sagen sollen. Aber das heißt, da ist das einfach. Ich bin damit beschäftigt, dich anzuschauen. Ich bin dein Kopf verbunden. Ja, da wir letzte Folge so kläglich versagt haben, geht das jetzt? Oh, Haku, mal da. Vor der unendliche Spiegel, siehst du das? Ja, ich, das habe ich mir gut gefunden. In der Praxis meiner Mutter hat auch so angegeben. Also nicht Portale, aber... Wundert mich jetzt aber, dass ihr keine Portale habt. Ja, okay, da wir letzte Folge so kläglich versagt haben, machen wir dann jetzt auch mal weiter mit dem nächsten, wo wir nicht kläglich versagen werden. Wenn man sneakt, fällt man nicht runter. Doch, ich hoffe es einfach mal. Schade. Ich will nämlich da hinschießen. Ging das? Ja, Tatsache. Doch. Oh, warte mal. Ja, soviel zum Thema. Halt, Stopp, warte. So. So, dein Lilanes kannst du jetzt... Ah, wir müssen erstmal den Knopf hier drücken. Ach nein, da kommt da drüben eine raus. Okay. Dann musst du dein Lilanes jetzt... Hier rauskommen lassen. Geht nicht. Hier. Lass dein Lilanes mal hier rauskommen. Komm mal rein. Jetzt lass dein Lilanes hier... rauskommen. So. Warte. Jetzt drück das Knöpfchen. Okay, hab ich. Die muss wohin? Nein. Ja, komm einfach mit wieder. Moment, nein, warte. Ach, lol. Äh, warte. Jetzt geht doch. Und jetzt... Seid einfach... Ah, das könnte ich machen. Wäre vielleicht gescheiter. Was denn? Nein, das war alles falsch. Soll ich da auch drauf kommen? Nein. Das war ja nicht, dass Lilane verändern, ne? Ich glaube, du musst irgendwann schießen. Gib mir mal den. Ähm, ja, hast recht. Ich muss jetzt das Lilane... ...tauschen, entgegen... Wo müssen wir denn rauskommen? Nein, aber, nimm doch mal meins. Nimm doch mal meins. Ja. Ja. Das muss auf jeden Fall da oben irgendwo hin. Ja, jetzt komm her, komm mit. Gib mir das. Ah, ja, genau. Jetzt muss... Und dann schießt du da oben. Ja, ja. Ähm, das... ...gelbe muss ich erst noch hier hin. Und dann, und da. So. Ja, das war im Gegensatz zum anderen wieder sehr einfach. Okay, das andere war auch einfach. Wir haben dann nur zu schlecht, aber... Gut. Ja, es war klar, dass es noch weiter geht. Ja, sonst wäre sie auch doof. Ja. Mh... 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 Was ist da drüben? Okay. Na, mach's höher. Höher? Ja. Na, noch höher. Na, oder das reicht. Geht nicht. Was willst du denn machen? Was müssen wir überhaupt hier machen? Na, wir müssen da rein. Okay, dann setzt hier ein Portal hin. Hier. Gibt nichts. Ach, stimmt. Hä, aber warum ist denn da so ein Kreis? Weil man da landet. Okay. Was ist denn da so ein Kreis? Ja, da oben gibt es auch noch weiße Flächen. Warte, es ist ja eigentlich ganz klar. Hier. Warte. Aber es gibt hier nichts, wo man... Wo du dein Portal hin hättest, hättest hinplatzieren können. Das ist natürlich blöd. Doch, 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 nee. Dann... Irgendwas müssen diese weißen Flächen da oben ja auch gut sein. Ja, ist ja ganz klar. Schieß mal da ein Portal hin. Ja, genau. Und dann schießt er... Warte. Da ein Portal hin. Oh. Hey. Du sollst da ein Portal hinschießen. Gut. So. Jetzt bin ich hier oben. Aber ich will... Wo will ich hin? Nein, wir müssen... Warte. Warte. Ja, doch, ich bin richtig hier. Äh, komm her. Das war aber wirklich einfacher als das andere. Erfüllragend. Menschen würden jetzt eine Belohnung für den Abschluss des Tests fordern. Für einen Test. Zumindest wollten die Pflanzen keine Belohnung. Ich schuf diesen Test, damit die Menschen mit sich zufrieden sind. Den ist extrem leicht. Folgt einfach den Pfeilen. Er ist also extrem leicht. Äh, kein Plan, wo wir hin müssen. Wir müssen da hin, also da hinter. Müssen wir da hinter? Ja. Wir müssen da hinter. Ja, ist ja easy. Spring. Das bringt dir jetzt was? Achso. Ja, klar. So. Und jetzt? Musst du mir gleich noch diese Portale setzen. Ähm. Setzt aber das gelbe ist eins hin. So. Wenn ich oben bin, sofort ein Portal schießen, ja? Also mein rotes dadurch ersetzen. Okay. Bereit? Ja. Okay. Eigentlich war ich schon am runterfallen, aber egal. Und jetzt? Hä? Ach, da geht's noch weiter. ETF. Und wo geht's da hin? Ach, das? Ah, okay. Hä? Bahnhof. Jetzt sind wir hier oben. Oder? Das kommen wir doch her, oder? Nein. Das ist ein Neuraum. Das ist genau der Raum, wo wir eben drin waren. Das ist nicht. Wo wir gelandet sind. Das ist nicht der Raum. Ich glaube, es wird ja aus. Ja, hundertprozentig. Hier kommen wir hier durch. Ach so, ist ja easy. Müssen wir hier runter? Kommst du? Oh, da würde ich mal nicht runterspringen. Jetzt dein... rotes einfach da unten her. Hm. Ja. Ach so. Wissen! Warte. Euer Fassaden generiert keine neuen Daten. Es verzögert nur das Unvermeidliche. Hm. Hallo. Hey, wo bist du? Du hast mich runtergekickt. Nein, du bist gegen mich gelaufen. Ja, du könntest ja auch aus dem Weg gehen. Ja, mit Sicherheit. So, bist du da? Gut. Dann... Setzt da drüben mein Portal. Ach, das geht nicht. Das muss wahrscheinlich da hoch, ne? Ähm... Wenn ich jetzt ein Portal setze, also das gelbe Portal versetze, dann... Na, nicht das gelbe. Wenn das rote kommt, dann kommt hier rein und sonst... bringt nichts. Bleib mal hier, bitte. Nein, das wird ja nichts bringen. Wenn ich das gelbe versetze, hört der Strahl auf, oder? Also halt der Weg. Ja, aber... War... Kannst du das rote, kannst du zum Beispiel... Also es gibt ja noch weiße Flächen da zum Beispiel. Oder da. Oder da. Ich schieße das rote, das einfach mal dahin. Ja, ja, genau. Jetzt schießt da oben ans Ende von dem... Hä, bist du da hingekommen? Ich bin da draußen gestanden. Ja, super, danke. Dann schießt jetzt ans Ende davon bitte ein Portal und hier unten auch eins, ja? Und Ende von was? Von da, von meinem Portal. Äh, von meinem... Da kann man ganz viel Weg schießen. Na klar. Das ist doch eine weiße Fläche, oder? Das doch, na. Mir ist... Ach, okay, es sieht nur von hier unten aus. Ja, wie komme ich jetzt da hoch? Ähm, warte. Hast du gut gemacht? Oh. Wichtig. Das bringt genau was? Absolut, keine Ahnung. Ach, wir können hier... Warte, warte, warte. Ach, ich weiß es. Ähm. So. Jetzt müssen wir nur da unten. Äh. Gibt der Rotes dann irgendwie weg. Wieso? Jetzt ist an die weiße Wandung. Kann ich jetzt also... Du musst es blau reinfallen. Das ist hier unten. Ja, ich hab's gesehen. Ähm, wo soll ich denn setzen? Nein. Nein! Nein, ich bin ins Wasser gefallen. Boah, hat ja sehr viel gebracht, ja. Ja, wir sind beide an die Kante angekommen. Das war aber blöd. Dann müssen wir das Käse noch mehr machen. Vor allem das Käse. Aber wir wissen jetzt... Oh. Wir wissen jetzt zum Glück, wie es geht. Was soll ich denn hier los? Manchmalde. Okay, komm durch. Ja, du wärst mir im nächsten Mal sagst, dass du's wegmachst. Ach, du warst doch da oben? Ja, ich bin noch auf dem... Ich bin noch da gestanden. Ja, du kannst auch selbst irgendwie... ...komm man oder sowas machen. Na, ich dachte, du wärst runtergesprungen. Das ist eigentlich... Also jetzt das Rote dahin zu nehmen. Auch wenn das hier nochmal machen, weil wir das gerade gemacht haben. Ja, wir sind beide an der Kante angekommen. Und deswegen haben wir keinen Speed Cup. Und einfach dahin. Warte, ne... Ich glaube, es ist besser, wenn das erst mal nur einer macht. Okay, ich probier's mal. Jetzt mach's weg. Ja, ich bin drüben. Okay. Dann mach ich das auch nochmal. Gut. Glückwunsch. Sauber. Und ein Testsubjekt bezeichnete ihn sogar als defekt. Natürlich hatten die Menschen stets nur eine einzige Chance, während ihr es immer wieder versuchen könnt. Ah. Okay. Okay, es reicht sogar für noch eins. Ich... Ja. Wir sind erst bei 14 Minuten. Oh, okay. Oh, okay. Ich wählte die kosten günstigere Waffe. Ja, ich will auch einen Helm haben. Hier, guck doch mal. Das war voll grausam. Okay. Ja, ist ja easy. Wo kommt man da raus? Oh, yay. Hey. Ich könnte mir vorstellen, dass man dann da drüben ein Portal hinschießen muss. Ja, ähm, setzt bitte nochmal da oben eins hin. Und da drüben. Wo, wo, oben? Da. Ach nein, was ist denn Quatsch? Hier. Und da. So, jetzt, äh, bitte nicht, äh, wegtun. Oh, das kann natürlich jetzt wegtun. Das kann natürlich sein, dass man stirbt, wenn man da rauskommt. Geh in den Fall mal da rein, bitte. Stirbst du? Nein. Okay. Hat uns das was gebracht? Ja. Nein. Ja, doch. Klar. Und jetzt? Ja, jetzt müssen wir da irgendwie diesen, äh, Weg noch bekommen. Mit nem Portal. Ähm, da oben den. Mit dem roten. Und. Die Frage, wie wir dann da hinkommen, ne? Ähm, da ist, äh, schießt das, äh, genau. Jetzt müssen wir nochmal durch den Portal durch. Aber muss es höher setzen, oder? Nein, das müsste eigentlich reichen. Ich müsste reichen, ja. Oder soll ich weit, wat, wat, wat? Ja, kack. Nichts tust, äh, eins nach links, ja? Ja. Okay, bin oben. Okay, hätten wir das auch geschafft. Hm. Da ist man echt. Hm. Bist du drüben? Ja. Ja. Was genau bringt das? Ich weiß nicht, hier kann man ein Portal hinsetzen. Hm. Warte mal, bringt das? Nein. Warte, ich kann ja auch mal hochkommen. Ach nein, 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 nein. Du kannst mir ja zuschauen. Ja, ich weiß. Ich hab's ja. Aber. Wo kannst du, ach, du kannst von da oben auch noch Portale setzen. Ja, dann leite doch den Weg von dir aus um, oder? Ach nein, der ist ja schräg, ne? Ja, der ist schräg. Ja doch, dann kannst du doch da hochlaufen, oder? Versuch das mal. Leite den Weg da hin um, an das Teil. Ähm, ja. Kannst du da hochlaufen? Ach nein, das geht schräg in die Decke, okay. Ja. Hat der aber? Na, ich glaub. Müsste. Schauen wir mal zu, ja? Hm. Also ich müsste, glaub ich, äh, dann hier, hier rüberfliegen, dann hier durch, und dann. Ja, wo rüberfliegen? Von, von, was war's? So, schau. Ja, so. Upsa. Achso. Nein, das ging hier nicht dagegen, scheiße. Warte. Na, wir können sie einfach, warte mal, ich probier was. Warte, ich hab ne Idee, bleib mal da oben. Ja. Schieß mal bitte ein Portal, da hin. Und jetzt eins da an deine Schräge. Ist. Ähm. Das bringt was? Ähm. Na, äh, du kannst eins da hinschießen. Das bringt was? Dann kommt's jedenfalls hier raus. Ja, dann bin ich beim gleichen Problem wie eben. Warte. Nein, Quatsch. Lauf mal da hoch und dreh dich mal bitte um. Genau das, was ich gehört. Achso, da hochlaufen. Ja, der komme ich aber leider nicht durch. Nein, dreh dich dann bitte mal. Ach, du kommst da nicht durch? Ja. Warum nicht mit Sneaken? Nein, da, das... Nein. Bleib doch. Achso, ist ja ganz klar. Äh, bevor du irgendwas wegmachst, sag's mir bitte. Ja, dann komm nochmal zurück. Wohin? Geh. Wieder da hin rüber. Da, da hin rüber, ey. Lösch dein Portal. Nein, das wollte ich nicht. Ich will... Achso, jetzt muss ich das Gelbe noch... Mal da rüber... Ach, scheiße, ich will ja wieder rüber. Ja, ähm, wie komm ich jetzt am besten wieder da rüber? Gar nicht. Wenn du das Rote da herrätst. Ja, aber das Rote soll da bleiben. Ja, ich kann auch irgendwas machen. Sollte es aber eigentlich da oben bleiben, glaub ich. Äh. Dann... Warte. Komm ich nochmal her. Was hab ich mir eigentlich gerade gedacht? Guck mal, es kann... Hier kann man hier hochlaufen jetzt. Hm... Ich wollte... Dass... Ja, genau. Ich... Einer muss ein Portal hier über das Trampolin machen und ein Portal hier drüben rein. Und das müsste man von da drüben können. Warte mal. So. Das geht mal kurz weg. Ähm. Ja, jetzt geh nochmal da hoch, bitte. Wo hoch? Einfach da rein, ja? Ja. Aua. Geh da. So, bist du da, ja? Dann... ...muss ich irgendwie da hinkommen, ohne dass meine Portale gelöscht werden. Jedenfalls mein... Also da kannst du einfach hinschießen? Ne? Warte mal, ich kann ja... Warte mal. Genau, geh mal da hin. Ach so. Ja. Ich weiß nicht, inwiefern das jetzt was werden soll. Ja, doch, ja. So, dann geh ich da hoch. Dann kann ich... Geh mal da weg. Dann rutes da hinschießen. Und dann kann man sich da rüber katapultieren lassen jetzt. Warte, warte, noch nicht durchgehen, bitte. So, jetzt geh ich zurück. Jetzt kommst du auch hier zurück. Kannst deine Portale ruhig löschen. So, jetzt sind wir drüben. Ich war noch nicht. Ja, das war kacke. Ich hätte zuerst gemusst. Ah, warte, ich bin aber eh... Ich hätte zuerst gemusst. Ja, meine ich doch. Aber es bringt eh nichts, wenn wir hier sind. Hier geht's nicht weiter. Wir müssen da hoch. Ähm. 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 Ich will jetzt nochmal irgendwie da runter, ohne zu sterben. Darf ich da nicht rein? Ja, kannst du mir hier bitte nochmal einen Weg... Achso, ja, hast du. Okay. Ähm. Dann... Wie bin ich hier runtergekommen? Warte. So, genau. Nochmal hier hin. So. So. Okay, komm zurück. Ich spring da rein, genau. So. Jetzt... Fliegt man da drüben gegen die Platte oder nicht? Äh... 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 Ich glaub schon. Der Weg wird wahrscheinlich wieder zu steil sein, oder? Kannst du ja nochmal ausprobieren. Ja, okay. Ja, okay. Wisst ihr, was mich zu machen bringt? Der Gedanke, dass ihr damit aufführen könntet. Äh... Ähm... Dann geh nochmal da hoch, bitte. Äh... Flügt man gegen die Platte? Nein, flügt man nicht. Wie soll's denn dann weitergehen? Auf jeden Fall muss man da hochkommen. Warte mal. Ja, das ist wieder zu steil. Wie soll das denn gehen, dass man dann da hochkommt? Kannst du mal da... da hoch... Da wirst du nicht hinkommen, oder? Nein. Kannst du mal gucken, ob da oben etwas ist, wo du ein Portal setzen kannst? Ja, was denn? Warte, warte, warte. Warte, warte. Auf das Warte. Da? Ja. Pfff. Das bringt was? Warte. Pfff, pfff. Kann sein, dass ich jetzt alles verhaue, ja? Das weiß ich nicht. Okay. Nein, warte. Geht das? Weiß nicht. Ähm. Na, ich glaub, du musst auch hierher kommen. Ja? Nein, warte mal kurz. Bringt das irgendwas? Nein. Wo geht nicht hin? Das geht hierher. Ja, ich seh. Was soll ich auch rüberkommen? Ja, warte mal. Ja, ich erklär's mal. Ja, also, schau mal mal zu. Ja? Du springst hier hoch. Ja? Hä? Achso, ja? Ja. Und fliegst dann hierher, wo ich jetzt stehe. Ja? Dann setzt du hierhin ein Portal. Ja? Springst darunter, während ich noch diese, äh, Treppen oder diese, äh, Brücken da kontrolliere. Und dann kannst du da wieder ein Portal hinschießen, weil die wurden ja gelöscht. Stimmt, du hast voll recht. Ja, Mann. Ja. Okay, ich komm hoch. So, bin da. Jetzt? Da hin, jetzt? So, dann muss ich versuchen, zurückzukommen. Ähm, so, jetzt muss ich nur schaffen, hier drauf zu springen. Oh, gut. So, dann setzt mir, wie bin ich von hier aus zurückgekommen? Ach ja. So. Genau. So, dann springe ich da durch. Juhu. Wie kommst du es hierher? Nicht zu gut. Was denn? Weil ich muss da auch noch durch. Jaja, ich kann ja jetzt dir die Wege, äh, geben, dass du zurückkommst. Ja, aber, aber meine Portale löschen sich hier, wenn ich hier durchfliege. Nein, schieß jetzt da oben ein Portal hin. Jetzt geht zurück. Ah ja, genau. Du machst das genau das Gleiche wie ich. Und, äh, ich muss das Rote da hinmachen, ja. So, jetzt machst du das andere noch über das, äh, Brett. Das andere Portal. Das, oh, hellblaue. Das hellblaue über das, was machst du denn? Über das Brett. Das hellblaue. Ja, das hellblaue. Jetzt reinlau, reinspringen. Oh. Das sieht lustig aus, wenn du dann gegen die, äh, Decke kommst. Aufregender wird. Warte ich dir, Montageeinheit euch nicht neu zu montieren. Sie lehnt da ab. Verständlich. Das wäre, als würde man mich bitten, mit den Testen aufzuhören. Es wäre dennoch aufregend gewesen. Okay. Gucken wir uns danach noch, äh, an was ihr sagt. Und dann, und dann hören wir auch schon auf, mit dieser Folge. Boah. Das ist jetzt doch ein bisschen länger geworden. Wir sind bei 28 Minuten. Ach, war scheiß drauf. Lasst uns jetzt das Brückenbauen üben. Die Menschen hatten hier traurige Ergebnisse, vor allem, weil man mit Tränen keine Brücken bauen kann. Okay, und mit diesen Worten verabschieden wir uns von unserem, nein, von der sechsten Folge Let's Play Puzzle 2. Cool. Mit dem David. Ja. Da wirst du schon ein bisschen nächstes Mal. Ciao. Ciao. Oh, ja. Übertreibende.